Hallo zusammen, der Eigenlayer-Token ist am Montag, also am 30. September, endlich in den Handel gestartet und jetzt können endlich auch die ganzen gesammelten Punkte und Airdrops zu Geld gemacht werden. Und außerdem haben wir nun endlich auch mal ein bisschen Klarheit darüber, was wir an dem Eigen-Token eigentlich so haben. Wird Eigenlayer den wirklich sehr, sehr hohen Erwartungen jetzt gerecht? Und in diesem Video spreche ich mal darüber, wie der Launch gelaufen ist, was der Eigen-Token für einen Sinn hat, wo das Potenzial liegt und vor allem auch, wie man sich für weitere Airdrops qualifizieren kann. Und die beste Nachricht ist, ab jetzt kommen wöchentlich Rewards raus, wenn man am Staking teilnimmt und das ganze elendige Punkte gesammelt, das hört jetzt langsam mal auf. Der Launch des Tokens ist im Grunde aus meiner Sicht ziemlich gut gelaufen. Aktuell tradet der Token bei etwas über 3,50 Dollar und damit liegt Eigenlayer auf ungefähr Platz 112 bei CoinGecko nach Marktkapitalisierung. Und hä? Nur Platz 112? Ich dachte, das Projekt ist eines der wichtigsten Projekte dieses Jahr mit 100 Millionen Dollar an Risikokapital und dann nur so eine müde Platzierung? Naja, und man muss jetzt mal bedenken, dass aktuell nur etwas mehr als 11 Prozent aller Eigen-Tokens auf dem Markt sind und dass wir so also bei dem aktuellen Preis bei lediglich 630 Millionen Dollar Gesamtwert liegen. Und im Vergleich dazu ist zum Beispiel Lido alleine schon bei einer Milliarde. Aber das liegt vor allem daran, dass bei Lido schon die meisten Tokens auf dem Markt sind. Wenn bei Eigenlayer alle Tokens auf dem Markt wären, dann wären wir bei gleichem Preis bei einer Marktkapitalisierung von knapp 6 Milliarden Dollar und damit in den Top 20 und das, wo der Token seinen Nutzen noch gar nicht voll entfaltet hat. Alles in allem ist der Token-Launch meiner Meinung nach unfallfrei über die Bühne gegangen und die Bewertung von Eigenlayer liegt damit auch ziemlich genau da, wo die meisten Experten das Projekt so eingeschätzt haben. Zum Launch selber lag der Tokenpreis übrigens mal ganz kurz bei über 11 US-Dollar. Aber das ist ja normal, dass der Kurs erstmal crasht nach so einem Token-Launch. Und wie kommt man jetzt an die eigenen Tokens ran? Also schön ist es natürlich, wenn man frühzeitig bei Eigenlayer mitgemacht hat, also Ether bei denen gestaked hat oder auch bei einem Restaking-Anbieter wie zum Beispiel EtherFi oder auch Renzo. Und dann bekommt man nämlich die eigenen Tokens geschenkt und die Adressen, wo man nachschauen kann, ob man was bekommt, die packe ich unten in die Videobeschreibung rein. Alternativ kann man eigenen Tokens natürlich auch kaufen, wenn man das jetzt unbedingt will. Und das könnte sich tatsächlich lohnen, weil es ab jetzt für gestakete Eigentokens regelmäßig Rewards gibt über die sogenannten Programmatic Incentives Version 1, die ab jetzt jede Woche ausgeschüttet werden. Und da geht es um insgesamt über 1,3 Millionen Tokens pro Woche, also im Gesamtwert von aktuell über 4 Millionen US-Dollar jede Woche. Also immer vorausgesetzt, der Preis bleibt natürlich jetzt der gleiche. Und den Link zu dem Blogpost von Eigenlayer, den packe ich mal unten in die Videobeschreibung und ich erkläre auch gleich mal, was man ganz, ganz praktisch machen kann, wenn man Rewards bekommen will. Schön ist auch, dass es nachträglich Rewards gibt, wenn man ab dem 15. August etwas gestaked hat, also bei Eigenlayer direkt oder auch bei einem der Restaking-Anbieter wie Renzo oder auch EtherFi. Und bevor man sich jetzt Eigentokens kauft und diese staked, sollte man sich aber mal überlegen, dass der Token aktuell nur noch sehr früh in der Preisfindungsphase ist und kein Mensch wirklich weiß, ob der Token jetzt auf 20 Dollar klettert oder schon eher wahrscheinlich erst mal auf unter 1 Dollar dumpt. Besser ist da vielleicht stattdessen einfach Ether zu staken und den Eigentoken erst mal nur als Reward zu kassieren. Oder man kauft den Eigentoken und hedgt das Risiko. Und dazu habe ich letztens ein paar Videos gemacht und vor allem das Video über das Hedging bei Hyperliquid, dass mal wieder kein Schwein geguckt hat. Aber mit der Methode kann man richtig schön mit Eigentokens die Rewards farmen, ohne dass man das Kursrisiko selber tragen muss, also quasi delta-neutral. Und aktuell liegt die Fundingrate bei Eigentokens um die 40% und die bekämen man dann noch obendrauf, nur dafür, dass man sich gegen das Kursrisiko absichert. Aber klar, das Video, das ist ja voll uninteressant. Ich verlinke das mal in der Videobeschreibung und blende das auch mal hier ein. Vielleicht klickt ja jemand aus Versehen drauf, weil ihm die Maus abgerutscht ist oder so. Ja, also der Eigentoken ist tatsächlich nicht nur so ein doofer Governance-Token, mit dem man dann irgendwas voten kann, was einen dann eh nicht interessiert, sondern der Eigentoken ist ein integraler Bestandteil des Protokolls und jeder Teilnehmer am System wird Eigentokens brauchen, weil sie als Collateral dienen, wenn ein Projekt mit Eigenlayer Geld verdienen möchte. Der Token soll dabei Ether als Collateral ergänzen und dabei Aufgaben übernehmen, die Ether so nicht abbilden kann. Das Ganze nennt sich ziemlich kompliziert Universal Intersubjective Work Token. Und was genau das ist, dazu packe ich auch mal einen Link in die Videobeschreibung. Es gibt da auch so eine starke Abgrenzung zu Ether als Collateral und so weiter, aber das ist eher so ein Technikkram für, finde ich, Hartgesottene. Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass der Eigentoken im Laufe der Zeit immer wichtiger wird und dass es früher oder später auch eine Nachfrage geben wird. Allerdings muss man auch sagen, dass Eigenlayer in der Roadmap noch nicht wirklich an diesem Punkt angekommen ist. Und stattdessen wird die Nachfrage in den nächsten Monaten eher vom Staking kommen und es ist auch nicht klar, wann sich das überhaupt mal ändern wird. Und mit einem großen Kursfeuerwerk rechne ich jetzt aktuell eher nicht. Vielleicht beobachtet man besser mal die Influencer-Landschaft. Wer weiß, wie das Ding jetzt so geschillt wird in den nächsten Wochen und vielleicht geht der Token ja doch ein bisschen hoch. Ich persönlich würde den Token tatsächlich zur Zeit nur über meine Delta-neutrale Methode einsetzen, sodass mir eigentlich egal sein kann, wie der Kurs verläuft. Aber das muss ja jeder selber wissen. Und die Airdrops und Rewards, die möchte ich aber gerne abgreifen. Und das vor allem, weil Eigenlayer aus meiner Sicht eine der ganz wenigen echten technischen Innovationen in diesem Bullenmarkt ist. Und ich halte das Potenzial für sehr, sehr groß. Auch wenn ich mir selber noch nicht sicher bin, wo sich das Ganze im Ethereum-Ökosystem einordnen wird. Aber es ermöglicht etliche Anwendungen, vor allem aus der traditionellen Finanzwelt und aus der Welt der Real-World-Assets. Eine sehr einfache Methode, Eigenrewards zu farmen, besteht darin, einen Restaking-Anbieter zu verwenden, wie EtherFi zum Beispiel hier. Und da kann man die Eigen-Token staken, nur ist das hier ein bisschen versteckt in diesem Dropdown, wo hier der Link Eigen zu finden ist. Und da kann man dann seine Eigen-Token staken, wie gesagt, mit bislang ziemlich ungewissem Ausgang. Man sieht es hier auch bei der APY-TBD, also noch unbekannt. Aber das wird sich tatsächlich ja in den nächsten Wochen dann klären. Manche haben jetzt schon so um die 10 bis 20 Prozent APY ausgerechnet. Andere sprechen hier von eher 4 Prozent. Aber das ist, finde ich, eh alles totaler Quatsch, weil man einfach noch gar nichts weiß, wo die Reise so hingehen wird. Und es ist jedenfalls eine sehr, sehr gute Art, schon mal früh dabei zu sein. Und das kann sich ja bei so großen Projekten tatsächlich richtig lohnen. Alternativ, wenn man jetzt keine Lust hat, Eigen-Token zu kaufen, weil einem das zu riskant ist oder weil einem das Geld zu schade ist für irgendeine Mondmission, dann kann man auch dasselbe mit Ether machen und auch mit Stablecoins oder sogar mit Bitcoins, was ja eigentlich sehr, sehr cool ist, weil man dann endlich mal Rendite auf seine Bitcoins hat, die ja sonst einfach nur rumliegen. Nur muss man da bei den Bitcoins wissen, dass das zurzeit noch mega riskant ist und dass hier so viele verschiedene Anbieter miteinander verzahnt sind, dass man da mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch einige Unfälle erleben wird. Und man sieht das hier auch ganz schön, von wem man dann alles Punkte bekommt, wenn man hier mitmacht. Also ich mache das jetzt erstmal nicht. Und da blickt, glaube ich, am Ende eh keiner so richtig durch, von wem er denn jetzt noch welche Rewards zu bekommen hat bei dieser Unzahl von Anbietern. Außerdem seht ihr hier bei den Ether-Restaking-Anbietern noch Symbiotic und Karak. Das sind wiederum Projekte, die das Restaking in verschiedene Richtungen erweitern. Auch hier laufen tatsächlich so viele Dinge gleichzeitig zusammen, dass das Risiko meiner Meinung nach hier massiv ist. Und die direkteste Art und Weise am Restaking teilzunehmen, die besteht immer noch darin, dass man das ganz normal hier über eEth bei Etherfy macht. Und wenn man sich also schon entschieden hat, überhaupt am Restaking teilzunehmen, also das Risiko bewusst eingeht, dann ist das die Art, wie man das Risiko auch genau darauf beschränkt und sich nicht noch zusätzliche Risiken reinholt. Falls euch also das Thema Karak und Symbiotik oder auch von mir aus das Restaking von Bitcoin interessiert, dann lasst mich das in den Kommentaren einfach mal wissen. Ich mache super gerne ein Video dazu, aber natürlich nur bei Bedarf. Und jetzt erstmal von meiner Seite war es das. Alles Gute, bis bald. Tschüss.